Hey Leute, wir machen weiter mit Turok HD. Sind hier immer noch in Level 4 und sind natürlich auf der Suche nach den letzten beiden Schlüsseln. Und nach einem schönen... oh oh... Nach einem Speicherpunkt. Denn langsam aber sicher geht sie in die Substanz. Sie verlieren nämlich dauernd die Leben. Okay. Da ist schon das Ende des Spiels. Hm. Wenn da das Ende ist... Äh, nicht das Spiel, es ist das Levels. Dann werde ich natürlich hier nochmal ein bisschen rumgucken. Ob man hier noch ein paar Schlüssel finden kann. Dann ist der Level relativ kurz. Relativ alles. Was ist denn das? Was ist denn das, Leute? Oh. Brauche ich nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich auf den Schalter da in der Mitte stelle, werden die alle lebendig. Das ist durchaus möglich, ne? Aber ich glaube, wir müssen das machen, sonst geht der... Geht die... Geht die Tür nicht auf. Mann. Was habe ich denn wieder für Sprachprobleme hier? Genauso. Und da kommen gleich neue Gegner. Okay. Die ersten zwei Gegner haben wir. Nehmen wir mal die Pumpe in die Hand. So, du Drecksack. Was bist denn du eigentlich hier für einer? Nehmen wir mal die Pumpe in die Hand. Nehmen wir mal. Irgendwas glitscht hier rum. Flutscht hier rum. Hat irgendwelche komischen, seltsamen Geräusche von sich gegeben. Was ist denn das für einer? Alter, Verwalter. Was schmeißt du denn rum? Hm. Hat auch nicht viel gebracht. Tot ist er schon. So, mach's gut. Gott, dich kennen wir ja schon. Okay. Die hätte man wahrscheinlich gar nicht abschießen müssen. Aber weil wir es können, tun wir das auch. Verbreiten wir hier Schmerzenverderben. Och, ne. Ihr hässlichen Käfer. Aua, 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 aua. Bäm. Übertriebene Gewalt gegen Käfer. Hi. Krass, der hält echt gut aus hier. So, warum hältst du? Ne, ist er tot? Gut. Okay, man muss die alle schießen. Sonst geht das Tor gar nicht auf. Oh. Und rein ins Blaue. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Werden wir alle einsammeln? Och, ne. Das ist doch kacke hier. Das ist fies. Shit, da hätte ich mir natürlich merken müssen, wo die Dinger sind. Aber der Zug ist abgefahren. Schaffen wir das? Hü! Ja, wir schaffen's. Das schafft man, denke ich, nicht. Gott verdammt. Da, da hinten ist auch irgendwas. Oh Mann. Da ist auch noch was. Da ist Muni. Muni ist nie verkehrt. Oder da. Ich weiß es nicht. Hü! Gott, verdammt, wo ist das Ende? Oh. Okay. Nochmal alles hier abgucken. Aber wo ist denn jetzt echt mal? Wo ist denn das Ende? Gibt kein Ende. Man kann hier alles einsacken, dann muss man eh wieder zurück. Och, da hab ich keine Lust drauf. Nö, ich möchte kämpfen. Kämpfen, Schlüssel finden. Und Bosse plätten. Ich liebe Bosse. Ich liebe Bosskämpfer. Wow. Penner. Oh, da oben haben wir schon Schlüssel. Sehr schön, wir sind auf dem richtigen Dampfer hier. Blah. Aua. Aua, aua, aua. Lass das. So, erstmal hier alles drumherum einsammeln. Und Leute, ich hab keine Ahnung, warum es hier ab und zu mal so einen Ruckler gibt. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es doch nicht. So, damit haben wir... Jetzt können wir mal gucken. Ein Level 6 Schlüssel und hinter uns spawnt wieder einer. Das war ein geiler Schuss. Ein Schlüssel fehlt noch. Welchen haben wir denn jetzt? Der erste Schlüssel fehlt sogar noch. Sehr gut. Und das bedeutet natürlich... Jetzt ist die Frage, ob der erste Schlüssel vielleicht sogar da oben noch ist. Ey. Das weiß ich nicht. Oder hier irgendwo. Vielleicht kann man hier irgendwie noch tauchen. In der Plurre? Ne. Ne, das dauert mir zu lange. Hier hinten war ja auch noch irgendwas. Vielleicht ist er auch hier. Hier. Da waren wir noch nicht. Ah, die sind fies hier. Die schießenden Freaks. Krass, der hält echt gut aus hier. Junge, jetzt reicht es aber langsam. Reiß dich am Rieb. Okay, wir gucken mal nochmal rum. Ey, wer schießt? Wer schießt? Wer macht hier was? So, hier oben. Vielleicht ist da ja was. Man weiß es nicht. Man munkelt noch. Wir werden es herausfinden. Ein Schalter. Geil. Nehmen wir gleich mal mit, oder? Oh, da sind wir Patronen. Zack. Ich weiß gar nicht, was die einzelnen Gegner hier darstellen sollen. Ich meine, das sind irgendwie Jäger. Und irgendein, irgendwelche Einheil mischen, habe ich hier so das Gefühl. Aua. Wer denn jetzt schon wieder? Fällt hier was runter? Danke. Ein Schlüssel noch, Leute. Oh, diese Freaks hier. Das ist echt krass. Ich habe gar keine Ahnung, was die genau machen. Langsam sind sie, aber die halten richtig viel aus. Ah, das tut gut. Hier in der Mitte, oder was? Das sieht doch so aus, als würde da oben drauf dann schon eins sein. Jawohl. Ne, das ist ein Speicherpunkt. Das ist ein Speicherpunkt. Okay. Wir speichern mal ab. Kann ja nicht schaden. Nehmen wir mal das untere. So. Und dann heißt es, ab ins Blaue. Boah, das haben wir schon. Das hatten wir doch schon gemacht. Leute, das hatten wir doch schon. So, guten Flug nach unten. Ähm. Tja, es bleibt natürlich immer noch die Frage. Wo ist der letzte Schlüssel? Wo ist dieser blöde letzte Schlüssel jetzt? Da oben? Hm. Eher nicht. Oh, ein Schwein. Komm her. Was haben wir hier? Ah, da muss ich wahrscheinlich drauf rumhüppen. Oder so, aber ich komme da gar nicht hoch. Fall um. Oh, ey. Dieses ständige Nachgespawne hier. Ey, der lebt ja immer noch. Hm. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Da komme ich doch niemals hoch. Habe ich mir das vielleicht jetzt schon verbaut? Was ist denn überhaupt da oben? Ey, das ist der Gatling Gun. Jetzt würde ich da schon hoch. Shit, ich hätte vielleicht, während ich da drauf trete, gleich danach hochspringen müssen. Ey, der schon wieder. Der hält aber echt aus ohne Ende, ne? Komm her. Was dir mache ich? Eine Brieftasche. Zumindest in Far Cry würde ich das machen. So. Da oben haben wir ein bisschen Muni. Hier ist auch noch ein Turm. Na gut, aber wir brauchen ja erst mal irgendwie so einen Schlüssel. Oh. Oh, oh, oh. Hier scheint es doch irgendwie weiter zu gehen. Hier geht es auf jeden Fall hoch. Hm. Ach, ein Portal. Hm. Das ist natürlich jetzt so sinnvoll, ist durch das Portal zu gehen. Ne. Ne, ne, ne. Ich möchte... Ach, den lasse ich jetzt mal leben. Ich bin eh schneller als er. Das ist meine Muni gleich alle. Mal stehen. Oh. Vielleicht ist da oben noch irgendwas. Könnte doch durchaus sein. Oder ist hier wirklich nur der Speicherpunkt? Oh. Sehr schön. Oh. Okay. Och. Was. Geil. Oh. Irgendwas. Oh, hallihallo, du Kleiner. Du Kleiner, der dann doch nicht so klein ist. Los jetzt. Habt ihr nicht so. Fall einfach um. Wo sind wir denn jetzt hier landet? Ist da unten was? Und jump. Das war aber auch nur ein Geheimgang gewesen hier. Nur ein Geheimgang. Kein Schlüssel... Kein Schlüsselweg. Ach shit. Das ist unser Anfang, oder? Oder? Ne. Oh. Der hat dann doch eine dickere Kanone als ich. Jawoll. Gekonntes rechts, links. Und es geht weiter. Wo sind wir denn jetzt hier landet, hier? Ich hab keine Ahnung. Ein Irrgarten. Da wartet mal. Aber wenn ich direkt da oben drauf springe... Zack. Kann ich das doch alles umgehen hier? Hehe. Das ist wirklich was bringen. Shit. Hat ja super funktioniert. Ähm. War ja nicht noch was hier. Schilds. Ein bisschen Schrotflinten-Munni. Also ganz ehrlich, wer baut sowas? Oh. Was ist denn da hinten? Gegner. Erstmal Gegner. Aber da ist irgendwie ein Geheimgang. Vielleicht, Leute, ist dort der letzte Schlüssel. Hallo. Uiuiui. Manchmal halten sie echt gut aus hier. Sind wir jetzt hier langsam durch? Oh oh. Alter, was habt ihr denn für Waffen? Irgendwer spawnt hier. Irgendwas schreit vor allem ganz laut. Krass. Also ich... Ich glaube ja, dass es auch noch mein Tyrannosaurus Rex geben wird, oder? Stirb doch jetzt halt. Hä? Kloppen die sich gegenseitig, oder was? Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ähm. Um Gottes Willen. Auch noch so ein Irrgarten hier. Was hab ich denn hier? Ach stopp. Die Laserwaffe. Warum nehm ich die nicht mal? Kontrollpunkt. Krass. Die hat aber ordentlich Bums. Hammerhart. Stirbst du jetzt mal bitte? Was ist das für einer? Hm. Nur irgendwelche Statuen. Die machen aber nix. Will mal wieder ein Leben haben. So zur Aufmunterung. Der macht ja gar nix. Jetzt. Einen Rucksack. Ja, nicht schlecht, Leute. Aber wir brauchen ja nun mal... Oh. Guten Flug, mein Bester. Jungs, ich würde dich gerne leben lassen, wenn ihr mir sagt, wo ich den letzten Schlüssel finde. Krass. Die gehen mir jetzt aber auch nicht auf den Sack hier. Krass. Jetzt bist du dran da oben. Gut. Die halten nicht allzu viel aus. Treff ich den da oben überhaupt? Den treff ich überhaupt nicht. Gätze. Ich hab die eben gar nicht getroffen. Ich hab das gesehen. Die ganzen Patronen, die sind abgeprallt. Kein Plan. Wieso? Wir haben noch einen Schuss. Das ist immer richtig viel. Das lohnt sich ja. Ach, das Zeug, das brauch ich nicht, oder? Oder? Brauch ich das? Nee. Nee, das brauch ich nicht. Och, Mensch. Man bleibt wirklich auch in der Luft hier dazwischen hängen. Man kann hier nichts überspringen, wo es nicht absolut gewollt ist. Ach was. Pisser. Der letzte Schlüssel. The final key. Schlüssel 6. Also Level 6 Schlüssel. So, macht's gut, ihr Deppen. Buh. So, dann jetzt wieder zurück zum Ausgang. Oh Mann. Komm ich da rüber? Jawohl. Nee. Schade. Schade, schade, Marmelade. So. Einfach hier wieder raus. Und dann nur wieder den Ausgang finden. Gott verdammt, wo war der denn? Lass mich in Frieden. Ich will meine Muni behalten. Nein. Äh, ja. Nehme ich mit. Bin ich dafür. Ah, aber da gab's ja noch einen anderen Weg. Nee, wo sind wir jetzt? Nee, da gab's noch einen anderen Weg. Da gab's noch einen anderen Weg. Jetzt hier links irgendwie. Da waren wir noch nicht. Hier waren wir doch noch nicht. Da gucken wir einfach mal lang. Vielleicht ist da noch was Schönes. Oh, das ist derselbe Weg. Nö, es ist ein anderer. Sieht alles sehr ähnlich aus, aber es ist tatsächlich ein anderer Weg. Oh. Die sind echt scheiße. Man kann die richtig schlecht treffen. Weil hier so ein Auto-Aiming drin ist. Um wieder zu begründen, warum ich so schlecht bin. Aber mehr ist hier gar nicht. Das hat sich aber gar nicht gelohnt. Dann gehen wir doch den regulären Weg wieder aus. So. Hi. Oh. Oh. Ähm. Hier, ne? Genau, da wieder hoch. Und dann sind wir schon wieder zurück. Und wartet mal. Haben wir jetzt alles? Nee, wir haben hier auch wieder diese komischen Ringe nicht. Fasziniert. Ich weiß auch nicht, was die bringen sollen. Ob man die wirklich machen muss. Oder nicht. Oder doch. Oder wir uns. So. Hier kamen wir hier lang, oder? Kamen wir hier lang. Ja, und jetzt hier links. Wenn ich hier die Explosiv-Pfeile nehme. Die Frage ist natürlich, was ist, wenn ich hier runterfalle? Kann ich da irgendwie... Ja, da kann ich wieder zurück. Und von vorne anfangen. Sehr nett. Okay. Okay. Oh Gott. Noch einen Sprung, Leute. Sehr geil. Und damit hätten wir Level 4. Level 4 hätten wir. Jetzt können wir mal alles einsetzen. Level 2 haben wir. Level 7 haben wir noch nichts. Level 5. Level 3. Zack. Level 6. Und ein Teil von Level 8 haben wir schon. Das ist wirklich ein Wunder. Lost Stand. Ja, aber wir speichern sowieso erstmal hier im Hub ab. Wenn ich wüsste, wo das ist. Wo war denn das? Leute, wo war das denn? Da. Und dann geht's weiter, ne? Würde ich mal sagen. Hub. Hub, 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 die Hub. So. Wir gehen jetzt ins Level 5. Wo ist denn das? Level 6. Level 3. Level 5. Was haben wir eigentlich in Level 5? Was fehlt denn? Da fehlen uns drei Dinge. Ja. Das ist Level 6, oder? Ist das Level 6? Wo ist ein Level 6? Hier ist Level 6. Ja. Also in Level 5 finden wir den Level 6 Schlüssel. Und wahrscheinlich Level 8. Zwei Stück. Ich meine, theoretisch muss man ja auch nur die Level 8 Dinger finden, ne? So rein von der Logik. Ah, bei Level 6 finden wir wahrscheinlich die Level 7 Schlüssel. So meine Logik. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Auf ins Level 5. Genug gelabert. Mein Action. So, wir gehen natürlich erstmal wieder zurück. Hi, Schwein. Oh. Da wartest gleich tot. Hier ist doch bestimmt gleich wieder unten irgendwas. Da. Haha. Da kann ich doch runter. Wie hier gleich am Anfang ein Schlüssel ist. Auf jeden Fall ist ein Rucksack hier. Mit 15 Tech-Pfeilen. Geht's hier noch weiter runter? Nope. Aber gar nicht schlecht. Jetzt gleich am Anfang erstmal gut Muni gekriegt. Und ich hoffe ja jetzt mal langsam wieder auf den Boss oder was hier. Wird mal Zeit. So, gucken wir nochmal hier drüben. Ist hier vielleicht auch noch irgendwas, wo man sich runter droppen lassen kann? Nö. Nö, nö, nö. So, was ist denn das hier? Irgendeine Ruine? Rein da. Ob's hier auch ein paar Fallen gibt? Ich vermute mal. So ein bisschen wie bei Tomb Raider. Ich höre schon irgendwas. Und ich sehe auch schon den ersten Gegner. Okay, hier geht's auf. Hier geht's auch auf. Ah, okay. Hier sollte man nicht rein, aber da hinten geht's weiter. Ob wir einfach mal schnell lang gehen? Ich probier's mal. Das ist bestimmt mein Ende. Jupp, hier ist zu. Scheiße. Eh. Komm schon. Ah. Verdammt. Okay, gehen wir erstmal hier lang. Hi. Guten Flug, mein Bester. Allzu groß sind ja die Level gar nicht. Sie sind halt wirklich nur ordentlich verzwickt. Was ist denn das? Ist das hier irgendein Schalter? Oh Gott, da oben müssen wir gleich drauf rumbalancieren. Ey. 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 Reiß dich am Rieb. Man muss echt immer so leicht drüber zielen. Das Auto-Aiming ist sonst nicht aktiviert. Okay, hier geht's aber nicht lang. Da kommt schon der Nächste. Weg. Weg mit dir, du Schüft. So. Oh. Wah. Wir benutzen jetzt die Tech-File hier, weil es Fetz macht. Wir werden eh wieder welche finden. Okay, das sieht alles so aus, dass das nur Räume sind, wenn ich runterfalle, dass ich irgendwie wieder zurückkomme. Und hier sind das... Oh, hier ist aber was. Hier ist auf jeden Fall ein Schalter. Wah. Oh Mann ey, das Getappel hier von den Gegner macht einen völlig Körre. What? Wo? Hier. Wow. Den hat's zersägt. Das ist nicht giftig. Oh, ich gitt. Also hier würde ich die Augen zumachen. Danach hat man bestimmt irgendeine Entzündung. Unter Wasser in die Drecksbrühe. Und wir kriegen ein Extra-Leben. Was könnte es Schöneres geben? Was macht denn er da? Er läuft an der Wand lang. Siehste? Da haben wir gleich wieder 15 Tech-File bekommen. Und deswegen benutzen wir die auch. Aua. Lass mich in Frieden. Das sind wirklich irgendwelche Gräber, wo wir hier unterwegs sind. Ist das da ein Geheimgang? Das ist doch ein Geheimgang, oder? Ja. Tja, mein Bester. Hier kommst du nicht rein, ne? Okay, Leute. Durch diesen wunderschönen Tunnel kriege ich mal noch. Hier höre ich schon irgendeinen. Oh. Die Minigun. So, Leute. Wir haben die Minigun. Und das nächste Mal. Oh, shit. Ne, wir gucken jetzt schon mal, wie die funktioniert. Und die ist richtig geil. Haha. Na gut, Leute. Das nächste Mal ist hier ein bisschen Minigun-Action. Haut rein. Bis zum nächsten Mal hier auf Lindark. Mit Turok. Mit Turok. Mit Turok.